hallo liebe leute und herzlich willkommen zu unserem ersten let's play und ich sage unsern weil ein kollege mit am start ist ja das bin ich und zwar das ist der jürgen kennen mich schon unter einem anderen namen bücher bekannt aus funk und fernsehen nein ja das ist unser neuer kanal vorher hatten wir peanut lp und wir dachten wir haben viel falsch gemacht wir brauchen einfach mal neu anfangen deswegen haben wir uns jetzt aus den pixels gemacht worauf jetzt zocken werden und unser dauer let's play ist minecraft das heißt da ist einfach ein puffer wir laden auch andere spiele hoch paar beispiele sage ich jetzt mal tanja ein weg wer es kennt oder eurotrack simulator 2012 kann man nicht sagen der heißt richtig zwei okay starten wir gleich mal und zwar multi spieler viel spieler macht man auch mein server ich weiß viel spieler ich weiß und ich spon auf einem baum das ist sehr interessant ich habe schon ein hexenhaus gesichtet ich bin hier gesprochen übrigens warum weiß ich selber nicht so heißen haus ich werde kurz noch ein bisschen an den grafiken anstellungen rum werkeln spring schon mal runter fällt mein baum hier sowieso nicht auch da ist viel flüssiger direkt so ich würde sagen du fängst mal an bäume zu machen hier ich tue mal ein bisschen nicht ich tue mal ein paar hähnchen kleine zwischen für die kein interessiert alter wo kommen die ganzen frames her ja das wissen ja ich habe den schlechtes pc den jemals gesehen habt und ich habe jetzt verwunderlicherweise über 100 frames das wundert mich gerade sehr die projekte kostet brust du wirst wirst wir haben 19.09 das heißt wir haben noch ungefähr eine halbe fünftige zeit aufzunehmen zehn minuten ich würde sagen wir fangen gleich mal an was über uns zu erzählen also wir sind beide 14 jahre alt kommen aus der region köln also noch sehr ländlich kuhkopf und so weiter weiß bescheid da weiß du bescheid na ja auf jeden fall und wir machen das place hier zum spaß um euch zu unterhalten ein bisschen auf dem kanal werden auch noch an box things kommen und ja ich sage extra an box things ich kann auch an boxen sagen aber an boxen hört sich lustiger an brauche ich war es naja auch schon nicht gute kann ich die mich wieder abbauen ich habe gerade spieler geworfen die für die jüngste ich bin im paradies wenn man es gehört hat und wer es nicht erkennt das ist die höhlen playlist beziehungsweise die normale feld ist von einem relativ sehr bekannten youtuber dessen namen ich glaube ich nicht nennen darf doch nein ist das einfach mal nicht wir wollen mich immer aus dem stein wir wollen nämlich generell immer aus dem schneider rausbleiben sachen rechte bewegen uns darauf bewegte generell mit des plays auf ganzem im ice generell mit youtube aber das ist jetzt aber notch oder sowas sieht das ja eigentlich eher als werbung ich weiß hat er auch gelobt dass er auch da an dem blog geschrieben weiß ich meine und der boah was ist denn nun passiert ich hatte die melodie nachgeäfft ne ne ich meine das ist halt irgendwie hell geworden der war es jetzt ein kommst du her meine seite wird wie soll ich herkommen ich bin an einer mine also nicht ich meine ich gar nicht sagst du schon mal für essen ja hab ich schon ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben ob ihr mit playlist wollt oder ohne weil ich finde das ein bisschen teils war wenn man jetzt so ein bisschen mit lustige musik unterlegt hat hat ja hab ich hab gold gefunden äh ja soll ich direkt mitnehmen ja klar ne logisch machen mach ich wir müssen das echt nexen aber sie kommt doch nachts dahin die hexe oder ich weiß nicht wann ihr da hinkommt ob ihr da hinkommt äh ich würde sagen wir bauen aber bis weiter weg bei da hinten da guck mal nachher mal das kann sein wenn ich nicht weiter wegwerfen das kann sein wenn ich nicht weiter wegwerfen nennachs machen wollte und es gab die ganze Zeit machte das sonst ist gut das heißen kann man müssen müssen wir uns nicht abholen n schimmelst der ist kennt ich will jetzt kennen wird selig folgst mir mal ne ich muss erstmal da unten das Eisen erstmal ne Schoppizacke wir können dann geh ich mal kurz alleine gucken ist ja nicht die mach mach mal kurz n' hast du Kohle ja ich will aber auch das Hexenhaus sehen ne ich will nicht n' wechseln aber ich will nur was braten hier raf schicken raf schicken raf schicken dann geb ich dir mal so ungefähr ja so sechs dann geb ich dir ich muss ja Spaß an der Kohle umgehen ne was ja ja muss ja mal Spaß an Einen Ofen sollst du mir noch machen ach Gottchen sagt er doch hätte ich die direkt gemacht ich so mach mir nen Ofen und gib mir mal Kohle ja dann dann hab ich das nicht gehört weil Gründe mhm weil beliebigen Grund hier weißt du so weil beliebigen Grund hier einfügen echt wenn möglich bitte fügen sie hier einen Grund ein ich wollte mal schon mal das ist schon der erste Insider den könnte ich vielleicht grad mal auflösen ähm also manchmal also unsere Lehrer sind relativ sehr oft krank kann man sagen an unserer Schule also in der Woche haben wir mindestens einmal ne Freistunde ich brate einfach mal vor allem ein ganz bestimmter Kurs den wir alle deswegen sehr hassen ja auf jeden Fall und dann waren wir so hatten wir früher Aushalt aber das hat eigentlich nichts damit zu tun auf jeden Fall waren wir dann da so an der Bushaltestelle wir steigen nie an der Schule ein weil das zu voll ist das ist ne übelste Höhle das ist übelst leisen naja auf jeden Fall und dann die eine Haltestelle davor ist halt ein Rathaus so heißt die Tankstelle auch die Haltestelle Haltestelle ich bin fast reingefallen so heißt die ich bin fast reingefallen auch nicht Max ja auf jeden Fall du hast grad nur sechs du musst aber wenigstens acht ich weiß und da war da so halt DJ Ötzi nein war da nicht er war im der sah so aus wie DJ Ötzi der sah so aus wie DJ Ötzi das hat das in der Zeit als eine weiße Mütze gab es in der weiße Swinger Jacke irgendwie der sah auch irgendwie der sah wirklich so ein bisschen so aus wie DJ Ötzi DJ das heißt jetzt für uns so DJ ne auf jeden Fall ich bin halt ich kann halt so ein bisschen russisch und ich glaub das war auch ein Russe dann hab ich halt irgendwas auf russisch gelabert und er kommt ich weiß nicht genau ob das das Ding war oder weil er irgendwas anders ja was war irgendwie wegen mir oder sowas ja keine Ahnung auf jeden Fall kommt er so da hin und dann stellt er sich da so hin und dann meint er irgendwie zum Jül äh brauchst du was das war so geil ich muss mir so ein Lachen verkneifen wenn er dann wieder geguckt hat ey ich wette wenn ich gelacht hätte hätte er mir sogar die Fresse poliert alter ne der hat dann dir sagst du ihm wütend aus brauchst du was brauchst du was ich hab mal grad das 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 warum hat der das gesagt ey weiß ich nicht weil der mich fragen wollte ob ich was brauche brauchst du was musst du sagen auch ein bisschen Koks ja hast du den Stoff ich hab mal grad den Ofen sobald wieder abgebaut wir können ja sollen wir ein bisschen an der Savanne bauen also oder Savanne ja Haus ich würd sagen wir bauen das Haus ein bisschen weiter hinten am Fluss weil da das Haus am Fluss ähm dann können wir das da so basteln halt oder äh ich muss erstmal Samen ernten und äh bitte nicht zweideutig sehen äh ich mach hier mal ich mach hier das hier grad mal mit Fackeln ich mach hier das hier grad mal mit Fackeln die unten abbauen dann vielleicht oder soll ich das machen mit zu holz ja willst du holz oder willst du stein machen äh ich will erstmal nur so ne Grundbude bauen ich würde aber sagen wenn ich wollte äh Stonebricks nutzer die sind ja relativ schwer zu komplizieren äh zu herstellen wir können ja erstmal Holzbude bauen weil die kriegst ja relativ leicht zu holz dann können wir später das alles austauschen mit Stonebricks dann mach du mal ein bisschen was ab und Rohstoffe generell ich mach hier mal die Stelle ja und nicht wie ich muss erst mal weiter runterkommen dann gebe ich dir eine Axt weil wir nicht da auch kann ich ja kein Holz ernten ja genau wo bist du denn jetzt schon wieder hingelaufen ja hier hinten da ist eine Höhle die geht so nach unten halt ich würde mich ja teleportieren wir sind jetzt wenn da mach ich das nicht wo bist ein Tag genau ich möchte reißen nicht mehr trainieren ich sollte nicht so viel rennen hast man es überhaupt an nimm ähm 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 next game rule difficulty und ich glaube die lassen wir in diesem Display aus oder? die game rule eins äh pff ich denke weil jetzt ist er hier eigentlich gar nicht so gut wenn man das macht ich sehe es halt hier so ein Urhalträger vorbei ich liebe die Teile ich höre das schon hört sich nach Bouts 14 PS an 2 Zylinder 2 Takter jetzt kommt der kennt sich aus der Junge echt äh so wie ist das eigentlich sortiert hier alles im Moment das kann ich so nicht mit ansehen ich habe schon einen Platz gefunden der ist relativ ganz schön lustig die ganze der ganze Driss kommt mal nach hier du kommst auf die 9 du auf die 8 wir haben eher dafür eher einen glatten Boden zu basteln aber ich mag das Video mir generell nicht so aber wir können auch hier machen wir Steinschwerter für uns ich muss erstmal Steiner von Komma zu mir dann hier angetragen ja wenn ich das noch finde aber es ist nicht weit weg ich glaube zur nächsten Aufnahme ich würde sogar ein bisschen weiter weglaufen weil ich weiß nicht mehr dass da hinten so gefällt weil aber irgendwann gefällt uns das schon wir oft in unserem privaten Server gebaut haben hat es mir am Anfang auch nicht gefallen dass er da unten verschanzen wenn die Nachtslande ist noch nicht zu Ende ist steh hinter dir ähm ich wollte irgendwas machen ich mach jetzt schon mal ich wollte gerade Fallschirm machen haben wir nicht oder wir basteln uns das geht nicht ja sagen wir noch nicht so viel ist unnötig da kommen die damit reinfallen aber zwei reichen ja aber komm wir werden verschanzen das ist dann nur unsere erste Brackbude hier ich wollte Steinschwerter machen wie Brackbude das ist eine Brackbude ja eine Hütte halt einfach ich weiß nicht Brackbude ich weiß auch nicht soll man noch weiter soll man sich ein Baumhaus bauen so ein richtiges auf einem Baum da ne Max ein Baumhaus auf dem Boden ist wirklich besser ja ich meine da halt auch so ein Dschungelbaum können wir natürlich auch machen aber bei Baumhäuser bin ich eigentlich generell nicht so ein großer Fan weil wenn ich da hochkommt mit der Leiter das ist ganz so lustig dann eigentlich was ja wenn man dann da so vom Monster gefolgt wird dann die Treppe da erstmal die Leiter hoch und wir bauen so eine kleine Eingangshalle also eine mini kleine damit man da so ein bisschen hochkommt ja wir können ja irgendwie mal wieder muss doch mal gucken wir können ja gleich mal wenn der Tag ist oder geh mal ganz schwer dran geh ich mach mal kurz ne Kiste ich mach mal kurz ne Kiste ich hab Kiste dann gib mich das die liegt hier weil die ist da ich tue da erstmal alles rein ich geh mal kurz n bisschen da so ne ich tue das Eis mal nicht beraten erstmal so irgendwie achten das Eis soll ich erstmal nicht beraten ja nicht beraten du tue das Eis erstmal erstmal nicht beraten ich weiß berat das mal nicht das soll unbissig bleiben da sind zwei ist letzte zwei ist letzte drei leck mich im Arsch Max keine Kraftausdrücke bitte keine Kraftausdrücke doch Kraftausdrücke keine Kraftausdrücke bitte keine Kraftausdrücke man darf äh deutsche Fernsehen beziehungsweise halt das Internet in Deutschland ist eigentlich sehr locker aber weil du darfst halt relativ viel sagen ne im Fernsehen ja ja halt hat's n nein du ja 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 ich bin ja leider nicht das ist ganz so lustig und sein Geld ist aber auch mal geben ne das ne das ne das ne so das schon jetzt das Erde ich mache keine Erde so er mochte keine Erde Eisen ich kann nicht mehr ganz zu lange Zeit und wir haben uns überlegt die Folgen mal persönlich zu beenden deswegen achten Wochen sind das ist dann auch persönlich ich habe die Folge persönlich beendet wie kommt es denn da rauf ich habe Bonemeal du mach das erstmal nicht ich will das nachher für Hundis Bonemeal du brauchst Bonemeal du kannst keine Hundis mit haben du brauchst Bones für Hundis mein ich doch und äh wir essen immer nur das ähm Futter halt das Porkshop Futter das macht halt relativ viel wo ist mein scheiß Handy jetzt schon wieder das macht ja relativ Moment ich schmeiß es mal gerade gegen die Wand ja so das macht ja relativ viel wieder deswegen würde ich sagen wir essen erst wenn wir so viel weg haben alle frühestens noch mehr Eisen noch mehr Eisen noch mehr Eisen ja empfiehlt uns weiter also ich will es nicht vorschreiben aber empfiehlt uns weiter ja das war's dann in der ersten Folge wir sehen uns in der nächsten hoffentlich bis dahin Ciao 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 Vielen Dank.